Ich wollte Sie fragen, nutzen Sie das Mehrwegangebot, wenn Sie sich etwas zu essen in der Stadt holen? Also auf jeden Fall. Also wenn ich das mache, ich mache das mal selten, würde ich es auf allen Fällen nutzen, ja. Und warum? Aus welchem Grund? Na einfach, naja, aus Nachhaltigkeit und um den, sag ich mal, Abfall zu sparen. Also ich finde das schon sinnvoll, dass man darauf zurückgreifen kann. Grundsätzlich begrüße ich das sehr. Ich finde nur relativ wenig Angebot derzeit. Könnte mir aber vorstellen, dass wenn es mehr Angebot geben würde, würde ich es definitiv in Betracht ziehen. Welche Gründe sprechen dafür? Ja, vor allem Punkte Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, ja und halt einfach die Kreislaufwirtschaft da ein bisschen auszuweiten. Also eigentlich, ich arbeite als Gastronomie bei McDonalds, bei uns auch Mehrwegbächer und so. Eigentlich ist der Mehrwegbächer besser als die anderen. Dann können wir uns das zurückgeben und dann das Geld wiederbekommen. Dann sparen wir auch den Müll und so, das ist besser als die anderen. Wenn die Möglichkeit besteht, dass ich mit Pfand etwas kaufen kann, dann würde ich das machen, für die Umwelt natürlich. Und bei manchen, wie ich denke jetzt an den Bäcker, wenn ich da keinen Beutel dabei habe, dann wird es ja dann meistens doch die Papiertüte. Und ja.